Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen am Runden Tisch. Die SVP hat also vorgestern entschieden. Die Volkspartei will erstmals in der Geschichte Südtirols eine Koalition mit drei Rechtsparteien bilden. Heute, vor gut zwei Stunden, haben auch schon diese Koalitionsgespräche begonnen. Mit Vertretern der rechten italienischen Rechtspartei Fratelli d'Italia, mit den Freiheitlichen und mit der Lega und auch mit Vertretern der Bürgerliste Lista Civica. Warum hat sich die SVP für diesen Rechtsruck entschieden? Was kommt jetzt auf die Volkspartei zu und auf unser Land? Wie soll die neue Landesregierung, die neue Politik in Südtirol ausschauen? Genau darüber diskutieren wir heute Abend am Runden Tisch. Und ich habe gleich sechs Gäste zu mir ins Studio eingeladen. Und besonders freut es mich, dass drei davon gewissermaßen direkt aus den Koalitionsverhandlungen zu uns ins Studio gekommen sind. Ich heiße herzlich willkommen bei mir am Runden Tisch Landeshauptmann Arno Kompatscher, Sven Knoll, Landtagsabgeordneter der Südtiroler Freiheit, Philipp Achammer, Obmann der Südtiroler Volkspartei, Paul Kölnsberger, Landtagsabgeordneter vom Team K, Roland Stauder, interimistischer Obmann der Freiheitlichen und Brigitte Fopper, Landtagsabgeordneter der Grünen. Auch Sie können live am Runden Tisch mit diskutieren. Schreiben Sie uns einfach Ihre Meinung, Ihre Fragen via Facebook, E-Mail oder Twitter bzw. X. Und wir werden das dann versuchen, in die Sendung einzubauen. Herr Landeshauptmann, vorgestern hat also die Südtiroler Volkspartei diese durchaus historische Entscheidung im Parteiausschuss getroffen. Sie haben unmittelbar nach Bekanntmachung der Entscheidung gesagt, ich habe im Parteiausschuss auch meine persönlichen Vorbehalte gegen die Rechtsparteien geäußert. Aber scheinbar konnten Sie sich nicht durchsetzen. Zählt Ihre Meinung gar nichts mehr? Haben Sie nichts in der SVP zu melden? Dienen Sie nur mehr als Stimmenlieferant? Nun ja, ich denke, wir haben das auch in den letzten Tagen jetzt erlebt. Ich habe selbst persönlich viele Zuschriften erhalten. Viele Menschen sind jetzt enttäuscht auch von dieser Entscheidung. Und ich selbst bin auch nicht glücklich darüber. Aber es begann schon beim Wahlergebnis. Natürlich, wir hätten uns auch ein anderes Wahlergebnis gewünscht. Das hätte vieles leichter gemacht. Einmal mehr Zuspruch für unsere Partei. Das ist uns nicht gelungen. Es ist uns verwehrt geblieben. Aber auch vielleicht ein anderes Ergebnis, dass wir uns auch andere Optionen noch offen gelassen hätten. Es gab eine Debatte in der Partei. Und es ging auch darum, zu sagen, unabhängig von persönlichen Präferenzen, die ich auch ausgesprochen habe. Also ich bin kein Anhänger einer Koalition mit rechts grundsätzlich. Sie hätten lieber mit anderen Parteien. Ja, mit bürgerlichen Parteien in der Mitte, auch mit progressiveren Parteien. Das ist hinlänglich bekannt. Aber eben unabhängig von den persönlichen Präferenzen. Was ist jetzt zu tun, um das Beste für das Land herauszuholen? Das steht für mich auch nach wie vor im Vordergrund. Es war ein schwerwiegendes Thema natürlich auch oder ein wichtiges Argument, jener, dass wir unbedingt die Autonomie reformieren müssen. Dass es hier eine Zusage gibt seitens der römischen Regierung, die jetzt an der Macht ist. Und das war ein zentrales Thema bei der Debatte. Und ja, wir haben jetzt eine Situation, wo ich, und damit schließe ich auch schon, wo ich selbst für mich persönlich natürlich auch die Option hatte zu sagen, okay, unter diesen Bedingungen schmeiße ich das hin, da steht nicht zur Verfügung. Es wäre wohl dann am Ende genauso eine Entscheidung herausgekommen, wir müssen das tun. Es gab eine klare Mehrheit dafür in der Partei. Und dann hätte es das auch ohne mich gegeben. Beziehungsweise das zu tun, was ich vor fünf Jahren getan habe. Wir hatten dieselbe Debatte bei der Lega, da hat es geheißen, wir werfen die bürgerlichen Rechte über Bord. Wir werden am Ende jetzt völlig abdriften. Und da habe ich mich als Garant gesehen. Und inzwischen haben wir, glaube ich, bewiesen in diesen fünf Jahren, dass wir unseren Werten treu gebrieben sind. Wir haben den Gleichstellungsaktionsplan, jetzt verabschieden den Klimaplan, den Nachhaltigkeitsplan. Wir sind jetzt dem Netzwerk ready beigetreten. Alles in dieser Amtsperiode. Aber eben, Sie haben es selbst schon angedeutet. Sie hätten theoretisch gesehen auch im Parteiausschuss vor die Leute treten können und sagen, so, es gibt Variante A und es gibt Variante B. Aber ich mache für euch nur Landeshauptmann, wenn ihr auch mit mir mitzieht und meine möglichen Wunschpartner auch mittragt. Aber diesen Mut, den hatten Sie nicht. Man kann mir das als mangelnden Mut vorwerfen. Ich akzeptiere den Vorwurf auch gerne. Tatsache ist auch, dass klar war, dass es in meiner Partei keine Mehrheit dafür gegeben hätte, ein Bündnis rein mit links zu machen. Also dafür hätte es keine Mehrheit gegeben. Ganz klar, weil die deutliche Mehrheit der Partei der Auffassung war, wir müssen die Chance nutzen, jetzt endlich die Autonomie wiederherzustellen. Nach 20 Jahren rechtsprechend Verfassungsgerichtshof und mit dieser Regierungserklärung dieser Regierung, dass sie bereit dazu sei. Somit stand noch eine Frage offen, wer soll der deutschsprachige Koalitionspartner sein? Die andere wäre ohnehin, egal wie ausgegangen, also wäre ohnehin mit diesem Ergebnis ausgegangen. Und dort ist es halt so, dass tatsächlich nicht wirklich bereit war. Die Frage ist, gab es die wirklich? Dann gab es diese klare Aussage, dass Team K bereit gewesen wäre für eine Koalition mit Lega und Fatelli d'Italia. Paul Koensperger, Sie haben gestern auch beispielsweise für die Tagesschau ein Interview gegeben und haben gesagt, dieses Ergebnis oder dieser Beschluss der SVP für diesen klaren, deutlichen Rechtsruck, das ist nichts anderes zu deuten als wie ein Misstrauensvotum gegen den Landeshauptmann. Macht es sich da das Team K nicht doch ein bisschen zu einfach? Ich glaube, die Leute haben gerade Arno Kompatschow für etwas anderes gewählt als das, was er jetzt macht. Und gerade in der Hoffnung, dass das nicht passiert, was jetzt passiert ist. Es hätte andere Optionen gegeben, aber die Fatelli waren ja schon seit Monaten gesetzt. Das haben wir im Landtag schon miterlebt, seit Monaten. Wir haben sogar ein Hochzeitsfoto vom Landeshauptmann und Galateo einmal veröffentlicht. Das war, glaube ich, noch im Juli. Es hat schon sehr viel auf unseren Kanälen, das war mehr eine Fotomontage, um darauf hinzuweisen, was hier eigentlich schon abgeht. Und seit Urzi die Schlüssel der Sechser-Kommission in die Hand bekommen hat, hat ja ganz viel darauf hingedeutet. Und dass man sich dann natürlich viele andere Optionen verbaut, war ab dem Moment auch klar. Wir haben zum Schluss zumindest die Chance offengelassen, dass es anders gehen kann, damit zumindest eine Alternative auf dem Tisch liegt, die für uns kaum gangbar gewesen wäre. Aber mal hinsitzen, über Inhalte reden kann man. Dass das eine fast aussichtslose Situation ist, war mir eigentlich klar, war uns allen klar, weil schon seit Monaten alles in die andere Richtung gedeutet hat. Und dass es mit dem Landeshauptmann, mit seinem Credo, mit der Nachhaltigkeit und mit einem nachhaltigen Südtirol, in einem sozialgerechten Südtirol nicht kompatibel ist, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Und das ist die Frage natürlich, wenn man seriöse Politik in diese Richtung machen will, wie viel kann man sich verbiegen und etwas akzeptieren, was komplett in die andere Richtung zieht. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich persönlich hätte nicht diese Leidensfähigkeit. Ich meine, interessant ist schon, dass mit Fratelli d'Italia einige vor einigen Jahren extreme, gar schon mal Berührungsängste gehabt haben, auch einige, die hier in der Runde sitzen. Und dann so in den letzten Monaten erweckt ist dann anscheinend, nein, mit denen kann man sogar reden. Sven Knoll, sogar Sie, Vertreter einer patriotischen Partei, haben auch nach den Sondierungsgesprächen in Interviews und auch bei uns ja auch Freis Südtirol angedeutet, na, mit Fratelli d'Italia reden wir schon und dann schauen wir mal, ob es gemeinsame Schnittmengen gibt. Also reden wir mal über diese Fratelli d'Italia, über diesen möglichen Koalitionspartner, für den sich ja der SVP jetzt möglicherweise entscheiden könnte. Wie gefährlich unter Anführungszeichen ist denn in Ihren Augen diese Partei, diese italienische Rechtspartei, mit denen Sie sich ja auch einmal aussprechen wollten? Also ich glaube, man muss zunächst einmal für die Zuschauer schon einiges richtig einordnen. Und ich glaube, ich bin der Einzige hier in der Runde, der eine Anzeige gegen Giorgia Meloni getätigt hat, als sie gefordert hat, dass die Südtiroler, die sich nicht als Italiener fühlen, über den Brenner verschwinden sollen. Das ist eine Aussage von Giorgia Meloni gewesen, die völlig so in Südtirol hingenommen wurde. Da hat es weder großen Protesten noch sonst etwas gegeben. Und wir haben immer davor gewarnt, auch als die SVP in Rom, die sich entscheiden musste, stimmt man für diese Regierung in Rom, spricht man ihr das Vertrauen aus oder nicht, haben wir davor gewarnt. Wir haben aber auch immer gesagt, es wäre ein Fehler, der Bevölkerung sozusagen ihre Wahl nicht zu lassen und das Ergebnis einfach nicht zu akzeptieren und zu sagen, ich spreche mit einer Partei nicht. Diesen Fehler hat man in Deutschland immer wieder begangen. Man grenzt einfach Parteien aus und das ist einfach nicht demokratisch. Deswegen haben wir immer gesagt, es ist notwendig, auch mit dieser Partei zu reden, wenn sie von der Bevölkerung gewählt wird. Wir haben aber auch immer dazu gesagt, das heißt nicht, dass man deswegen mit dieser Partei eine Koalition eingehen muss. Also Reden ist eins, aber gemeinsame Sachen machen ist etwas anderes. Es geht darum, wenn man mit einer Partei wie Fratelli d'Italia koaliert oder Koalitionsverhandlungen führt, wer die Feder in der Hand hat. Diktieren sie, was in ein Koalitionsprogramm hineinkommt oder sprechen sich die Südtiroler aus, was sie sich wünschen, legen das dann so einer Partei vor und fragen, ob sie mitkönnen oder nicht. Was wir derzeit in Südtirol erleben, ist, dass Fratelli d'Italia und die Lega diktieren, wie groß eine Landesregierung sein soll, wer in dieser Landesregierung sein soll, wer Landeshauptmann und Stellvertreter werden soll, wer nicht in eine Regierung kommen soll. Also man hat das Gefühl, die Südtiroler Volkspartei gibt es hier überhaupt nicht mehr. Wir haben einen Landeshauptmann, der hier in der Sendung erklärt, dass er das eh alles nicht möchte. Aber was trotzdem tun wird, das ist halt irgendwo ein bisschen eine schwache Vorstellung. Und meine große Sorge ist, es geht hier nicht nur um den politischen Aspekt, sondern es geht auch um die Glaubwürdigkeit Südtirols und die Autonomie. Darf ich antworten? Denn wie will man langfristig diese Autonomie auch nach außen hin, noch glaubwürdig vertreten, wenn man das macht, was Karl Zeller in den Nachrichten vorher so schön gesagt hat, zur Not gibt sich die SVP auch dem Teufel hin. Einen Pakt mit dem Teufel sozusagen. Genau. Herr Kompatschow. Und dann Herr Achmer. Ich glaube, wir hatten die Diskussion vor fünf Jahren noch einmal, da gab es dieselben Argumente, wir hätten uns jetzt den Teufel verkauft. Und noch einmal schauen wir uns an, was wir in diesen fünf Jahren gemacht haben. Wir haben nämlich ein Koalitionsprogramm gemacht, wo dann das hineingeschrieben worden ist, was unsere Linie als Südtiroler Volkspartei ist. Und ich glaube, insbesondere hat es meine Handschrift getragen, dieses Regierungsprogramm. eine Nachhaltigkeitsstrategie, einen Klimaplan, den Gleichstellungsaktionsplan, noch einmal auch in Bezug auf Diskriminierung von Personen, genau das Gegenteil dessen, was befürchtet war. Wir haben hier enorme Fortschritte gemacht im Hinblick einer offenen Gesellschaft in Südtirol. Deshalb, das ist alles nicht eingetreten, eben gerade weil wir in der Lage waren, dann unsere Vision von dem Land durchzusetzen. Und hier geht es um eine ganz klare Botschaft, und die ist hinlänglich bekannt, und die wird auch Gegenstand der Koalitionsgespräche sein. Es ist klar, es gab ein Argument für diese Entscheidung, eines. Das wäre? Das ist das Thema, dass wir Ministerpräsidentin Meloni einen Vorschlag für die Wiederherstellung der Autonomie in Form einer Änderung des Autonomiestatuts überreicht haben. Nach 20 Jahren, wo der Verfassungsgerichtshof eine Rechtsprechung hat, die uns schadet, dass man das ändert und die Regierung bereits in der Regierungserklärung eine Zusage dafür gegeben hat und wir deshalb sagen, dafür machen wir das. Wenn das nicht stattfindet, wird auch entsprechend die Regierungszusammenarbeit nicht stattfinden. Aber da muss ich dann doch ganz, ganz kurz einhaken. Vor fünf Jahren hat der SVP ein Koalitionsabkommen mit der Lega abgeschossen. Aber die Lega, das ist eine föderalistisch ausgerichtete Partei, ursprünglich als Lega Nord gegründet. Das war eigentlich das Gründungsziel der Partei. Und da können natürlich auch ganz genau Sezessionen, Abspaltung vom Rest Italiens, vor allem von Süditalien. Damit konnten viele Südtiroler auch etwas anfangen. Aber hier reden wir über Fratelli d'Italia, Brigitte Fopper. Kann man die zwei wirklich in einen Topf werfen, wie es Landeshauptmann Arno Kompoccia getan hat und gesagt hat, naja, auch vor fünf Jahren wurden wir heftigst dafür kritisiert, mit der Lega ein Koalitionsabkommen zu unterzeichnen. Jetzt werden wir halt wieder konkret wieder kritisiert, aber im Endeffekt haben wir dann doch mehr erreicht, als uns viele das zugetraut hätten, Frau Popper. Ja, erstens gibt es einen großen Unterschied und das ist, dass damals, vor fünf Jahren, haben Sie ja noch gesagt, dass man mit der Lega geht, weil das sind die Wahlgewinner. Die hatten damals richtig abgeräumt und dafür wurden sie in die Regierung geholt. Auch weil sie die Italiener so gut vertreten würden, hat es geheißen. Das ist jetzt hinfällig und jetzt ist man ja mit einer ganzen Koalition von Verlierern, immerhin ist auch Fratelli d'Italia weit unter den Erwartungen geblieben, auch unter den eigenen Erwartungen. Das war damals das Hauptargument. Die beiden haben natürlich schon Ähnlichkeiten, es sind beide Rechtspopulisten, es sind beide, ja, es sind beide, wie soll ich sagen, manchmal auch sehr problematisch unterwegs, was Bürgerrechte angeht, was Menschenrechte angeht. Fratelli d'Italia legt zu diesem ganzen Paket nochmal den Nationalismus drauf. Und das ist für ein Land wie Südtirol natürlich hochproblematisch. Deshalb glaube ich auch, dass es nur eigentlich einen Weg gegeben hätte. Und zwar hätte der Landeshauptmann von vornherein oder sagen wir mal Spitzenkandidat der Volkspartei im Wahlkampf nur eines tun müssen, sagen, ich habe für meine letzte Regierungsperiode ein Projekt der Reform der Autonomie, ich will ein neues Statut schreiben, ich habe die Möglichkeit, das mit dem Fratelli d'Italia in Rom umzusetzen und werde dafür mit Fratelli d'Italia eine Regierung bilden oder diesen Pakt eingehen. Wenn sie das gesagt hätten, dann hätten sie jetzt nicht so eine große Enttäuschungs- und Empörungswelle, weil alle hätten gewusst, wie sie dran sind. Lassen wir kurz, Frau Hopper. Das finde ich, ist das, was man hätte tun müssen, sagen, was Sache ist, vorher und nachher. Aber nicht auch viele Wählerinnen und Wähler damit locken, und das ist wirklich mein Vorwurf, viele Wählerinnen und Wähler auch aus unserer Area damit locken, indem sie sagen, sie sind für Nachhaltigkeit, sie sind für Klimaschutz. Der Gleichstellungsplan würde übrigens nicht verabschiedet, sondern nur zur Kenntnis genommen. Wollen wir auch richtigstellen. Frau Hopper, lassen wir den Landeshauptmann da. Ja, ich will sagen, das hätte die Ansage sein müssen. Dann wäre jetzt die Situation anders. Waren Sie so gesehen nicht ehrlich genug? Ich meine, wir haben jetzt schon von dieser Seite hier gehört, eigentlich hat sich einiges, wenn nicht alles oder vieles abgezeichnet, dass es zu dieser Koalition, SVP-Fratelli d'Italia kommen würde. Aber offen gesagt, haben Sie das nie. Nein, wir haben ganz klar darauf reagiert, auf die Regierungserklärung, bereits damals im römischen Parlament. Wir haben ja angekündigt gehabt, die Gegenstimme, war ja auch logisch, gegen eine solche Partei, da werden wir kein Vertrauen aussprechen. Und dann gab es überraschend diese Erklärung, die ja nicht nur lautete, man wäre bereit, bei der Autonomie was zu machen. Unter Bezugnahme auf die Streitbeendungserklärung durch die Republik Österreich, etwas, was keine Regierung vorher gemacht hat, das ist eine implizite Anerkennung der Schutzfunktion Österreichs in einer Regierungserklärung, einer Regierung dieses italienischen Staates. Ein völliges Novum. Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, ja, jetzt enthalten wir uns. Das war ja vereinbart, Sie würden so etwas weitreichendes machen. Und dann war auch klar, dass wir daran arbeiten. Und wir haben in dieser Amtsperiode daran gearbeitet, bis hin, und das war eine mühselige Arbeit mit den anderen Regionen, mit Sonderstatut, auch ein gemeinsames Projekt. Die haben ja auch ihre Probleme, in ihren Statuten zu arbeiten und das abzuändern. Wobei es bezüglich der anderen eine innenpolitische Entscheidung ist, bezüglich Südtirol, das betonen wir immer, eine Verpflichtung Roms, weil wir haben Österreich, wir haben den bilateralen Vertrag. Jetzt haben wir diese Situation, das war hinlänglich bekannt. Es war aber klar, dass wir nicht in den Landtag ziehen, um zu sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Koalition abschließen. Wir haben jetzt aber ein Wahlergebnis, wo auf italienischer Seite drei Vertreter der Rechtsparteien sind, ein Vertreter der Linksparteien und ein Vertreter der bürgerlichen Mitte. Ich glaube, in dieser Einordnung kann man zustimmen. Das ist das Ergebnis. Die waren unter ihren Erwartungen. Ja, Kollegin Voppa, aber insgesamt hat die rechte drei Vertreter und die linke einen Vertreter. Das ist auch eine Situation, der man irgendwo Rechnung tragen muss. Aber in der Mitte ist immer noch die Bürgerliste La Civica. Die wir auch in die Koalition nehmen wollen. Philipp Achammer, Ihr Vorgänger, Siegfried Brugger, hat vorhin in der Tagesschau gesagt, Landeshauptmann Arno Kompatscher verweist, immer wieder darauf, mit Fratelli, die Teile, können wir es vielleicht schaffen, die Autonomie auszubauen, so wie es Ministerpräsidentin Georgia Meloni versprochen hat in ihrer Regierungserklärung. Siegfried Brugger, Ihr Vorgänger, hat gesagt, das ist völlig egal, wer in Rom regiert. Wir können auch ohne einem Koalitionsabkommen mit einem gewissermaßen nationalen Partner für die Autonomie kämpfen. Und wenn, dann nehmen wir durchaus auch mal eine Durststrecke in Kauf. Aber wichtig ist, wir müssen uns nicht verbiegen. Herr Achammer, was sagen Sie dazu? Sagen wir mal so, mich verwundert diese Aussagen, weil er hat auch schon das Gegenteil davon gesagt. Das darf ich jetzt in aller Klarheit sagen. Aber ich muss jetzt schon einmal wirklich in aller Deutlichkeit meine Partei in den Schutz nehmen, wenn hier gesagt wird, jetzt hat die SVP die Position in der Fratelli d'Italia eingekauft, ist erzkonservativ, habe ich gehört und was auch immer. Also noch einmal, es hat zwei wesentliche Beweggründe gegeben, worum wir gesagt haben, wir fassen das ins Auge. Das Autonomiepolitische und ich sage auch dazu, ja, wesentlich, die drei Gruppierungen, die wir eingeladen haben, die stellen vier von fünf italienischsprachigen Abgeordneten im Südtiroler Landtag. Deswegen laden wir sie ein. Aber eines sage ich auch, und da lasse ich mir auch nicht nehmen, dass das der SVP jetzt vorgeworfen wird, im Gegenteil. Wir haben ganz klar gesagt, man muss sich auf uns verlassen können, bei ganz wesentlichen Positionen, Autonomie, Minderheit, Bürgerrechte beispielsweise. Wir werden nicht morgen eine erzkonservative Familienpolitik machen, weil wir eine Koalitionsverhandlung mit Fratelli d'Italia beginnen. Und ich bin verwundert, dass diese Kritik dann in der Schärfe gekommen ist von denjenigen, die ja vorher auch gesagt haben, man muss mit ihnen reden gehen. Man muss verhandeln gehen, hat Sven Knoll gesagt. Auch Paul Kölnsberger hat gesagt, lasst uns reden und dann werden wir sehen, wie dann der weitere Weg ist. Ja, was tun denn wir? Nichts anderes. Das sind jetzt aber schon Koalitionsgespräche, Herr Achammer. Entschuldigung, wir gehen jetzt in eine Koalition. Das ist eine schwache Ausrede. Wir haben im Vorfeld, nein, nein, lassen Sie, Entschuldigung. Wir haben ganz klar gesagt, es gibt keine Vorbedingungen für eine Koalition, auch nicht in der Zusammensetzung der Landesregierung. Und wir haben gesagt, eine Koalition nicht um jeden Preis. Ja, wenn wir eine Koalitionsverhandlung beginnen, heißt das, dass wir von vornherein alles herschenken, ja beim besten Willen. Und ich sage auch ganz klar, SVP und auch dieser Landeshauptmann werden Garant dafür sein, dass die Werte, die in der Landespolitik bisher eine Rolle gespielt haben, auch weiterhin eine Rolle spielen. Wir werden nicht morgen antieuropäisch, das hat man uns vor fünf Jahren vorgeworfen, weil wir mit der Lega was gemacht haben. Dann hat es geheißen, jetzt wird Südtirol antieuropäisch werden. Sind wir antieuropäisch geworden in den letzten fünf Jahren, ja oder nein? Und wenn schon, dann werden wir ganz klar definieren, das sind unsere rote Linien in einer Verhandlung. Und ja, ich gebe zu, es war viel davon die Rede in der internen Diskussion, es gibt einen Pragmatismus. Und dann kann man das auch verurteilen, bitte. Und dann kann jemand sagen, der Pragmatismus geht zu weit. Aber es gibt einen Pragmatismus, der muss aber auf der anderen Seite klar machen, dass gewisse Dinge außer Frage stehen. Und dass wir nicht Positionen von anderen übernehmen, wo wir sie nicht teilen. Brigitte Vorpah. Ja, also die Lega-Landesräte, also die habt ihr natürlich sehr schnell gefügelt gemacht. Und die haben sich auch sofort als Bettvorleger zur Verfügung gestellt. Haben wir ja gemerkt. Sie haben sich nicht eingearbeitet. Sie konnten bis zuletzt nicht auf eine Anfrage antworten. Es war ihnen alles recht und es war ihnen auch alles egal. Fratelli d'Italia hat sich jetzt schon... Ganz respektvoll ist das jetzt auch. Nein, dann schauen Sie sich bitte an die Anzahl der Gesetzentwürfe, die Sie abgegeben haben. Dann schauen Sie sich die Antworten auf die Anfragen an. Nein, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nicht respektlos, sondern das ist wirklich nur die Wiedergabe der Realität. Wenn ich jetzt an die Fratelli d'Italia denke, dann haben wir da schon andere Kaliber vor uns. Und das haben wir jetzt in diesen ersten Wochen auch gesehen. Und schließlich wurde diese Regierung ja auch in Rom gemacht. Da ist eine große Macht dahinter. Darf ich noch fertig reden, Herr Landeshauptmann? Bitte. Noch kurz, Frau Furtz? Ja, ich habe im Wahlkampf... Der Wahlkampf dient ja nicht nur dazu, sich selbst zu positionieren, sondern auch die anderen besser kennenzulernen. Und einige Aussagen, die eure neuen Kollegen in die Debatte geworfen haben, die haben mich schwer erschüttert. Also wenn es dann geheißen hat, in einer Diskussion, dass homosexuell darf man halt daheim schon sein, aber im öffentlichen Raum möge man das bitte gut verbergen, das hat ein Kandidat in einer Debatte gesagt, in einer Mittelschule noch dazu. Also das sind Aussagen. Sie haben gesagt, wir sind für Familienpolitik. Das ist aber der Grund, das ist das Terrain, auf dem ihr euch bewegt. Das wollen wir hier ja nicht verschweigen. Ganz kurz, vor fünf Jahren gab es genau dieselben Argumente. Es gab den Auftritt Salvinis beim Kassel-Ruther-Spatzen-Fest. Es gab danach Zitate, die auch öffentlich dargestellt wurden von diesen Personen, die dann in den Landtag gewählt worden sind, die dann auch Regierungsmitglieder waren und mit denselben Befürchtungen. Und noch einmal, ich wiederhole jetzt nicht alles, wir haben dann familienpolitisch, sozialpolitisch, umweltpolitisch genau einen anderen Kurs gefahren. Den Kurs nämlich, den wir wollten und den wir auch vereinbart haben. Und das will ich auch im Respekt sagen. Es ist uns gelungen, unsere Koalitionspartner auf diesen Weg zu bringen. Sonst hätten wir den Koalitionsvertrag nicht unterschrieben. Und auch jetzt sind die Verhandlungen ergebnishoffen. Das ist noch lange nicht gesetzt, dass wir am Ende tatsächlich eine Einigung finden. Weil, wie es Obener Nachahmer richtig sagt, wir machen diese Koalition nicht um jeden Preis. Unsere Prinzipien, die geben wir nicht her. Sven Knoll. Ich habe mir heute vor der Sendung mal angesehen, in die Argumente von vor fünf Jahren. Und das ist ja ganz interessant. Sie sprechen vom Pragmatismus, also Wiederherstellung der Autonomie. Das waren damals genau dieselben Argumente. Die Lega war in der Regierung. Man hat sich einen Vorteil davon erhofft, dass man hier in Südtirol auch die Lega mit in die Regierung nimmt. Und was hat sie denn gebracht? Sie sprechen von der Nachhaltigkeit, die Sie erreicht haben. Ist autonomiepolitisch etwas weitergegangen mit der Lega-Regierung? Ja, nicht gerne. Wenig. Wenig ist weitergegangen. Und was ist denn geschehen? Wenige Zeit später gab es die Lega-Regierung nicht mehr. Das kann mit den Fratelli d'Italia in Italien genauso passieren. Die können in zwei Jahren schon wieder Geschichte sein. Der Unterschied ist aber die Glaubwürdigkeit Südtirols. Sie sitzen jetzt in einem Boot, nicht nur mit einem Urzi und einem Galateo. Sie sitzen mit einem Ignacio Larussa, der will, dass man sich nicht mehr die Hand gibt, sondern den römischen Gruß benutzt. Sie sitzen im Boot mit einer Meloni, die gefordert hat, dass die Südtiroler vertrieben werden sollen. Und sie ziehen immer ihre Antrittsrede heraus. Wenige Monate vorher hat sie noch ein Zeitungsinserat in Südtirol gegeben, wo sie gesagt hat, die Südtirolautonomie braucht keinen Schutz durch Österreich. Das ist auch Georgia Meloni gewesen. Sie haben verschiedene Exponenten, die nach Predapio fahren und dort das Grab von Mussolini holen. Das sind alles ihre Partner jetzt. Und da wollen Sie zukünftig glaubwürdig die Autonomie mit vertreten. Da geht es nicht darum, welche Familienpolitik Sie in Südtirol betreiben. Da geht es darum, welche Familienpolitik Sie in Südtirol betreiben. Aber zu einem Punkt, und auch wenn morgen vielleicht diese Regierung nicht mehr macht, und es in Rom dann eine Linksregierung ist, gehen Sie dann her und sagen wieder, so, und jetzt tun wir uns wieder mit den Linken zusammen, weil wir tun es ja mit jedem, Hauptsache es ist jemand in der Regierung. Der eine Vorwurf, der nicht zutritt, es sei nicht weitergegangen. Wir haben in dieser Legislatur die Finanzregelung völlig neu aufgestellt, mit der Lega, mit Minister Giorgetti. Das bringt jetzt jährlich hunderte Millionen und vor allem Sicherheit. Nicht nur Geld, sondern auch Unabhängigkeit, weil jetzt klar ist, es gilt das Einvernehmensprinzip. Rom kann in keiner Weise mehr in unsere Kassen greifen. Das ist ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Deshalb einfach behaupten, es sei nichts passiert. Das stimmt nicht. Und es gibt einen Unterschied, das ist bedeutend, was hier passiert ist. Und einen Unterschied gibt es zu einer Aussage, die irgendwo stattgefunden hat, und einer Regierungserklärung. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und wir werden jetzt natürlich, und da stimme ich Ihnen zu in einem Punkt, wir müssen im Koalitionsabkommen klarstellen, dass jetzt geliefert werden muss. Das ist der Zweck dieser Zusammenarbeit. Dann wird es diese Zusammenarbeit nicht geben. Und nicht, dann beenden Sie mitten in der Legislaturperiode die Koalition. Das ist in jeder Koalition so. Das gibt es ja... Also da dürfen Sie das nicht vor dem Verkauf. Aber einmal in der Koalition, immer in der Koalition. Hören wir uns noch kurz zu erzählen, dass Sie mitten in der Legislatur die Koalition beenden. Wenn der Zweck der Koalition da ist, dann kommen wir uns ganz kurz nach den SVP an. Aber lassen Sie mich nur eines sagen, ich finde das Kollege Knoll so etwas von doppelzüngig. Sie haben wortwörtlich in einem Interview gesagt, die Koalitionsgespräche sind nicht dazu da, um über das schöne Wetter zu reden. Sie wären eine gute Gelegenheit, die Autonomiefreundlichkeit der Fatelli auf den Prüfstand zu stellen. Das war Ihre Antwort auf die Frage, ob Sie in Koalitionsverhandlungen mit dem Fatelli treten würden. Aber nicht zu den Bedingungen, die Sie gerade liefern. Nein, aber besten Willen, das ist gleich zu verhindern. Hören Sie die Bedingungen der Koalition? Dann sagen Sie mir, dann sagen Sie, Kollege Knoll, Sie wären also der deutlich bessere Verhandler als Landeshauptmann Kompatsch. Ich würde mich nicht erpressen lassen. Ich würde nicht so lange Gutachten machen, bis das herauskommt, dass ein Zweiter der Dienste... Das glauben wir jetzt alle. Stopp, stopp, stopp. Da muss ich ganz kurz mal über die Landesregierung, über die Landesregierung, was Sven Knoll jetzt als Erpressungsversuch bezeichnet hat, sprechen wir noch. Paul Kölnsberger wartet schon seit längerem mal für eine Wortmeldung. Dann möchte ich endlich auch mal Roland Stauder zu Wort kommen lassen. Gerne. Der wartet nämlich noch länger. Stimmt. Paul Kölnsberger, ganz kurz bitte. Ich glaube, je länger man hier diese Entscheidung verteidigt, desto mehr verrät man eigentlich das, für das man eingetreten ist seit zehn Jahren. Und die Entscheidung, mit den Fratelli zu gehen, das ist die Entscheidung, jetzt noch zwei Rechtsparteien draufzustocken. Die ist Ihnen aufgedrückt worden von Ihrem Parteiausschuss, der viel konservativer ist als Ihre Idee. Aber die Entscheidung, mit den Fratelli in Italien zu gehen, das war auch Ihre Entscheidung. Und die haben Sie ganz bewusst getroffen. Und da gibt es auch keine Ausreden. Dann entscheidet man sich eben für ein gewisses Modell. Dann kann es heißen, ich ordne dieser kleinen Chance, dass es vielleicht für die Autonomie gibt, es gibt den ganzen Rest unter. Dass innerpolitisch nichts weitergeht, dass ich mit einer Partei bin, die an einer Urbanisierung des Staates arbeitet, das ist doch auch Ihre ganz bewusste Entscheidung gewesen. Und für dies gibt es keine Ausreden, dass irgendein Parteiausschuss etwas entschieden hätte, was mir nicht passt. Roland Stauder, Sie sind interimistischer Obmann der Freiheitlichen. Sie waren heute auch bei den Koalitionsverhandlungen mit der SVP und den anderen Parteien anwesend. Herr Stauder, Sie repräsentieren im Grunde eine patriotische Partei. Bis dato war es eine Oppositionspartei. Haben Sie keine Bauchschmerzen, wenn Sie jetzt mit Mitgliedern von Fratelli d'Italia, der italienischen Rechtspartei, an einem Tisch sitzen, gewissermaßen an einem runden Tisch und darüber reden, was könnten wir gemeinsam in den kommenden fünf Jahren für Südtirol erreichen? Sicherlich ist es nicht der Optimalzustand, jetzt mit den Fratelli d'Italia am Tisch zu sitzen. Aber ich glaube, wenn man hergeht und sich den Wählerwillen in Südtirol anschaut, dann hat die Mehrheit der italienischen Bevölkerung rechts gewählt. Jetzt sei es die stärkste Partei Fratelli d'Italia und auch andere sitzen am Tisch, andere italienische Vertreter, die vier von fünf, die in den Landtag gewählt wurden. Also kann man da durchaus sagen, die Italiener werden am Tisch vertreten und die Fratelli d'Italia sind da auch nicht allein, sondern bei anderen italienischen Partnern mit eingebunden. Zum Gesamten sind wir jetzt zum Zug gekommen, wie wir am Beginn schon gesagt haben, wir werden reden. Wir haben die Wahlen zwar nicht gewonnen, wir haben die Mandate halten können, leicht an Stimmen verloren, aber wir werden mit jenen reden. Das ist aus unserer Sicht ein urdemokratisches Prinzip. Deswegen wundert es mich, die Frau Meloni zu kritisieren und auf der anderen Seite gleichzeitig sagen, mit denen reden wir gar nicht. Ich glaube, reden in der Demokratie ist das Um und Auf. Aber Herr Stauder, reden ist eins, das ist schon klar, das wurde in den Sondierungsgesprächen, aber jetzt reden wir von Koalitionsgesprächen. Absolut. Werfen wir die Freiheitlichen nicht, die eigene patriotische Ideologie über Bord, der Macht wegen, der Post wegen? Ich glaube gerade, dass wir eine patriotische Kraft sind und eventuell jetzt, falls die Verhandlungen positiv ausgehen, für uns sind sie ausgangsoffen, schauen, wie es ausgeht und dann schauen, was dabei rauskommt, ob wir mit dabei sind oder nicht. Das wird unser Vorstand und unsere Partei entscheiden. Im Endeffekt dann, gerade dass wir eine patriotische Kraft sind, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da mit drin sind. Wir stehen seit 30 Jahren für die Autonomie, setzen uns dafür ein und werden auch in dieser Regierung, falls wir mit dabei sind, diese Punkte genauestens überprüfen. Ich glaube, es war ein Knoll besser. Wir sind drin, als was Autonomie politisch betrifft. Jetzt zum Beispiel Herr Kölnsberg oder die Grünen, die ja gerade in diesen Verhandlungen, ob sie mitmachen, warum Herr Stauder? Wenn sie den Kurs gefahren haben und jetzt im Endeffekt eingestehen müssen, dass sie halt gerne schwimmen würden, aber dabei nicht nass werden wollten. Ach, bitte. Gut. Ja, Frau Vopper, gerne. Ja, ich erinnere mich nur an einen Begehrensantrag, den, glaube ich, die Südtiroler Freiheit vor kurzem gemacht hat, dieses Jahr im Landtag. Und da hat, oder Herr Rodzi war halt noch im Landtag, hat als Einziger dagegen gestimmt. Worum ging es? Es ging um die Rückholung der Kompetenzen, es ging um die Autonomie. Und da hat der Landtag einstimmig dafür gestimmt, nur der Herr Rodzi, und der ist ja, glaube ich, mit am Verhandlungstisch gesessen heute, war der Einzige, der dagegen gestimmt hat und gesagt hat, es soll doch keine Panikmache hier gemacht werden. Und das war ein vernünftiger Vorschlag. Also, nur ich weiß nicht, wer da jetzt die besseren Autonomiefreunde sind. Aber wir als Grüne haben uns immer für die Autonomie ausgesprochen. Und wir haben auch keinen Zick-Zack-Kurs gefahren. Die gemischsprachige Schule und, und, und. Da können wir über viele Themen reden, die in der Autonomie bei eurem Forderungskatalog nicht ausgesichert sind. Die erste Amtshandlung der Freiheitlichen als neuer Koalitionspartner war, den internationalen Klassenzug zu kritisieren im Realgymnasium in Bozen. Gut, gut, gut. 20 und 53 Minuten. Wir haben jetzt ein bisschen schon das andeuten lassen, die neue Landesregierung. Denn auch darüber, jetzt haben wir über Fratelli d'Italia diskutiert, und damit zusammenhängend müssen wir schon auch über die neue Exekutive in Südtirol sprechen, über die Landesregierung. Da gab es Gutachten. Da gab es jetzt heftige Diskussionen. Soll jetzt die Landesregierung aufgestockt werden? Wie viele italienisch-sprachige Landesräte sollen jetzt in dieser Landesregierung Platz finden? Marco Galateo von Fratelli d'Italia sagt ganz klar, wir und die Lega, wir fordern zwei Landesräte für uns Italiener ein. Und dann diese auch noch aufhochen mit der Forderung und nebenbei so gewissermaßen auch das Amt des Landeshauptmann-Stellvertreters. Philipp Achammer, Sie haben gesagt, wir treten in keine Koalitionsverhandlungen mit Parteien, die Vorabbedingungen stellen. Was sind denn das jetzt für Sätze, die von Fratelli d'Italia kommen? Wenn das nicht Vorabbedingungen sind, dann weiß ich jetzt auch nicht ganz. Nein, wir haben im Vorfeld schon Einzelne gesagt, wir sitzen uns nicht an den Tisch, wenn das nicht von vornherein geklärt ist. Und wir haben gesagt, diese Klärung wird es nicht von vornherein geben. Das ist ein Teil einer Verhandlung, wie in jeder Koalitionsverhandlung. Und wir haben am Samstag ganz klar auf die Frage geantwortet, ja, was ist dann, wenn Sie sich nicht an den Tisch setzen, dann werden Sie sich nicht an den Tisch setzen. Punkt. Ja, aber es ist ja die Gegenfrage, warum setzt sich die SVP mit einer Partei an den Tisch, wenn sie sagt, wir aber, also eine Partei braucht nicht zu uns gewissermaßen kommen und etwas einfordern, aber Fratelli d'Italia fordert gleich zwei Dinge ein und trotzdem setzen Sie sich an einen Tisch. Wir haben das noch einmal, wir haben das am Samstag klargestellt, wir akzeptieren solche Vorbedingungen nicht. Wir haben das heute im Gespräch noch einmal, Herr Stauder war ja auch anwesend, noch einmal klargestellt und haben gesagt, wir wollen über Inhalte jetzt sprechen und wir werden dann irgendwann, das ist klar, auch darüber reden müssen, wie groß, acht, neun, zehn, elf. Die Landesregierung ist der Gesetzgeber, sagt von acht bis elf, all das ist legitim und somit auch vernünftig. Aber darüber reden wir in einem zweiten Moment. Das war heute ganz klar und das müssen wir verhandeln. Genauso wie die Frage dann ganz am Ende, wer denn die Personen sind, die verschiedene Funktionen besetzen. Das, glaube ich, wird ganz am Ende dann diskutiert. Und das kommt am Ende. Und das ist unsere Position und die ist heute auch bereits so vereinbart, weil wir gesagt haben, eine Vorbedingung, wie viel es sein soll, akzeptieren wir nicht. Das wäre schon das Scheitern der Verhandlung gewesen. Aber damit sagen Sie indirekt, wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, gewissermaßen, damit sagen Sie, liebe Mitglieder von Fratelli d'Italia, ihr könnt fördern, so viel ihr wollt, das zieht jetzt im Moment nicht. Wir verhandeln das. Nein, weil ich sage das, das habe ich auch öffentlich gesagt und auch damit Fratelli d'Italia oder die Lega, wenn auch immer, kritisiert. Ich finde es total daneben, dass man eine Diskussion aufbaut um eine Frage der Positionen in der Landesregierung. Und im Übrigen, wenn das jetzt, das ist vielleicht eher eine Frage der Vertretung und der Verhältnisse in der Landesregierung, auch in einem gewissen Sinne, muss ich es sagen, auch unabhängig von Richtungen, weil vor zehn Jahren war die Frage genau dieselbe. Sie erinnern sich, da war eine Vertretung mehr im Südtiroler Landtag vonseiten der italienischsprachigen Bevölkerung und da hat der PD damals gesagt, Christa Tomasini und Roberto Witzer, zwei, sonst gehen wir nicht verhandeln. Richtig. Es ist trotzdem verhandelt worden und schlussendlich ist es eine Vertretung geworden. Man hat in Kauf genommen, die Landesregierung deutlich zu verkleinern mit deutlich größeren Ressorts, damit es nicht ein Missverhältnis gibt. Aber schauen Sie sich die Schlagzeilen an, das war im Prinzip genau dasselbe. Der PD hat gesagt, das ist unsere Bedingung für eine Koalition. Also diese Forderung von Fratelli, die Teilen nehmen Sie A, nicht so ernst und zweitens... Nein, nicht so ernst, sie ist Teil einer Verhandlung. Sie ist Teil einer Verhandlung, aber es gibt auch Größenhorden. Das ist längst klargestellt. Sven Knoll. Das ist meiner Meinung nach schon längst ausgemacht, Sie wissen es nur noch nicht, wie Sie es der Bevölkerung erklären sollen, weil der Unterschied von vor zehn Jahren ist, dass die Mehrheitsverhältnisse vor zehn Jahren ganz andere waren. Vor zehn Jahren gab es die Volkspartei mit einer satten Mehrheit und dem PD, den man halt so als Beiwagel mit dazu genommen hat. Jetzt sind Sie abhängig und vor allem erpressbar von den italienischen Parteien. Das ist diesmal der große Unterschied. Und weil Sie mich gefragt haben, ja, wie hätte ich anders verhandelt? Ich hätte nicht die Vorbedingungen gemacht, die die Volkspartei gemacht hat, gesagt hat, nur einen deutschen Partner. Wenn Sie schlau gewesen wären, dann hätten Sie sich zwei deutsche Partner in der Regierung geholt, weil dann hätten Sie in der Landesregierung schon eine Mehrheit von zumindest 18 Mandataren und wären nicht durch drei, teilweise Ein-Mann-Parteien erpressbar. Weil wir haben heute die Situation, dass diese Koalition, so wie sie sich derzeit darstellt, auf 18 Mandate kommt. 18 ist die minimale Mehrheit, die es braucht. Das heißt, nein, wir wissen ja noch nicht, ob die Chibica mitmacht. Die kriegt ja nichts. Die saß heute mit am Tisch. Ja, ja, schon, aber sie kriegt nichts. Wer sagt das? Sie möchten einen dritten Landesrat? Sie kennen das Ergebnis. Sie möchten einen dritten Italienland? Ja, das muss ja nicht ein Landesrat sein, oder? Die politische Realität ist schon die, dass jemand, der ständig mitstimmen soll für eine Regierung, aber nicht Teil der Regierung ist, das wird halt schwierig werden. Aber es gibt ja auch die Region, es gibt Landtag, so Vizepräsident, auch dieses Land. Aber genau das ist der springende Punkt. Das heißt, man ist dann von einer Person abhängig, die sagt, wenn ich das nicht kriege, was ich will, dann stimme ich nicht nur mit, dann bekommt ihr dieses Gesetz nicht durch und so weiter und so fort. Das ganze Theater und die Erpressung, wie viele Italiener und unter welchen Bedingungen, könnte man sich ersparen, wenn auf deutscher Seite eine relative Mehrheit da wäre, die sagt, das ist das Programm, das uns wichtig ist für Südtirol und jetzt gehen wir zu den italienischen Parteien und fragen, wer ist bereit, Und nehmen gnädigerweise noch einen Italiener dazu. Aber nein, das hat nichts mit gnädigerweise zu tun. Es geht um die Gretchenfrage, welche Italiener sind bereit, diesem Ausbau der Autonomie auch wirklich zuzustimmen, weil es erscheint sich nicht zu erinnern, welche Position Urzi im Landtag vertreten hat und wie es dann aussieht, wenn es um die Frage der Begnadigung geht, um den Ausbau der Autonomie, die Schutzmachtfunktion usw. Ich denke, ich darf darauf verweisen, dass wir genau hier in meiner Amtszeit die Folge heingeführt haben. Landeshauptmann, Anna Kompi, zu Brigitte Vopper von den Grünen. Nein, mir fällt etwas auf, denn ich erlaube mir ein bisschen Ironie, es muss ja wirklich ganz schön sein, euer italienischer Koalitionspartner zu sein. Wenn man uns jetzt oder euch jetzt zugehört hat, dann hat man gesagt, naja, vor fünf Jahren da hat die Lega ja auch Forderungen gestellt, aber die haben wir dann schon noch klein gekriegt. Vor zehn Jahren hatte der PD ja auch so Forderungen gestellt, da hatten wir auch klein gekriegt. Also ich finde das keinen guten Zugang und ich muss auch sagen, dass diese gesamte Diskussion um den zweiten italienischen Landesrat, das war so eine verzerrte Diskussion, es ist die teure Schuld. Das haben jetzt die Fratelli auf dem Auszutausch. Ich denke schon. Nein, das haben die Fratelli zu verantworten, aber die Tatsache, dass sich hier eine ganze Volksgruppe in Südtirol so selbst aufgegeben hat und so stark nicht mehr gewählt hat, nicht mehr die eigenen Vertreter und so weiter gewählt hat, das wäre eine große gesellschaftspolitische Debatte, gewesen und das hat man auf die Posten reduziert und das habe ich wirklich sehr unangenehm gefunden und ich glaube, dieses Schauspiel, das hat sehr viele Bürgerinnen und Bürger des Landes gestört. Wenn man etwas, ein bisschen nur, nicht allzu viel, aber ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann sorgen derzeit Fratelli die Teile auch im Trentino verschlagt sein. Dort riskiert diese Rechtspartei sogar eine Regierungskrise. Mit dem gleichen Regisseur wie hier mit Urzi. Ja, denn Regisseur ist vielleicht jetzt ein Überbegriff, aber auf alle Fälle, er zieht schon im Hintergrund die Fäden, das ist klar, aber Herr Achermann, besteht nicht auch die Gefahr, dass man sich hier, ich sage es jetzt mal ganz salopp formuliert, mit einem Partner ins Bett legt und dann plötzlich im Nachhinein, so wie im Trentino, kommt die Rechtspartei, Fratelli die Teile und fordert dies und jenes noch und so weiter und so fort und dann plötzlich riskiert man eine ähnliche Krise wie im Trentino? Ich sage dasselbe wie vor fünf Jahren. Erstens mal soll man sich anschauen, was wir dann schriftlich mit unseren Partnern vereinbaren, sofern es zu einem Abschluss kommt. Denn wenn wir nicht zusammenkommen, kommt es eben zu keinem Abschluss, denn noch einmal, es ist nichts garantiert von vornherein und zweitens, Kollegin Fopper, das hat nichts damit zu tun, dass man eh nicht ernst nimmt, was die Italiener sagen, sondern es gibt halt auch in einer Koalition Größenverhältnisse und die gibt es auch in dieser Koalition. Wenn man zusammenarbeitet, dann gibt es fünf Partner, wir haben stark verloren, das stimmt, aber wir stellen immerhin 13 Abgeordnete. Die zweitstärksten Parteien stellen zwei Abgeordnete und die werden dann ihre Forderungen einbringen und dann wird man sie miteinander gewichten, denn wenn man eins, das ist einfach, Entschuldigen, in jeder Koalition der Welt wird man miteinander reden und dann sagen, wie viel Zustimmung hat diese Partei, wie viele hat die andere Partei, dann wird man sich, dann wird natürlich jeder Kompromisse eingehen müssen. Aber auf Augenhöhe sollte es schon auch sein, glaube ich. Ja, natürlich auf Augenhöhe. Hat man das nicht damit gekriegt. Entschuldigung, Kollegin Fopper, das muss ich Ihnen jetzt aber zurückwerfen, haben Sie auf Augenhöhe von den Kollegen der Läger, die leider nicht mehr gewählt wurden, gesprochen. Ich habe aufgezählt, dass nichts getan hat. Sie waren nicht Meter, so wie man den Dialekt sagt, um überhaupt zu regieren, die armen Heiterlen, das finde ich nicht auf Augenhöhe. Sie können nachschauen gehen, was Sie geliefert haben. Roland Stauder, es wird ja auch darüber diskutiert, 26% der Bevölkerung in Südtirol, also anders gesagt, die italienischsprachigen Mitbürger machen 26% der Bevölkerung in Südtirol aus. Deshalb sollte man schon ihnen auch einen entsprechenden politischen Wert auch geben, nicht, dass da wieder der Disagio, dieses Unbehagen aufkommt. Deshalb gab es ja auch diese Diskussion um die zwei Landesräte, wo auch gemäßigte politische Kräfte sagten, naja, eigentlich würden sie sich schon zwei Landesräte verdienen, gewissermaßen, aber dafür bräuchte es eine Elfer-Landesregierung, eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern. Das hat jetzt das Gutachten der Staatsadvokatur aufgezeigt. Während Sie für eine Aufstockung der Landesregierung von der Zeit acht auf elf, das würde entsprechend auch mehr Kosten mit sich bringen. Vorneweg muss man mal sagen, wir hier, wie wir hier am Tisch sitzen, sind sicherlich nicht schuld, dass die Italiener nicht wählen gegangen sind. Es ist ein gesamtitalienisches Phänomen, dass der italienische Bürger weniger wählt als jetzt der deutschsprachige Bürger. Und so hat es sich auch in den Städten, wo die Italiener hauptsächlich im Südtirol beheimatet sind, vollzogen. Also von dem her, wo jetzt uns den Vorwurf machen, es sind Nummer fünf im Landtag, deswegen müssen wir jetzt schauen, wie wir machen. Sie sind nicht wählen gegangen. Also die Italiener sind selber schuld, gewissermaßen? Ja, so ungefähr, würde ich es jetzt sagen. Also salopp gesagt, ja. Ob man die Landesregierung aufstocken sollte oder nicht, das wird Gegenstand der Verhandlungen sein, kann ich jetzt auf keinen Fall vorgreifen. Uns geht es nicht um Posten oder irgendetwas, uns geht es um Inhalte und die werden wir durchdiskutieren und haben gesagt, in diesem Koalitionsprogramm, das muss klar auch eine blaue Handschrift tragen, also unsere Inhalte müssen mit drin sein, sonst sind wir nicht dafür zu haben. Die Italiener, vier von fünf Gewählten, sitzen jetzt am Verhandlungstisch, ich glaube, sie sind gut repräsentiert. Wäre es demokratiepolitisch bedenklich, wenn jeder dritte Abgeordnete in Zukunft Teil der Landesregierung, Teil der Exekutive wäre es, Sven Knull? Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, das Südtirol hat, dass die Landtagsabgeordneten gleichzeitig Mitglieder der Landesregierung sind. Das gibt es in anderen Demokratien in dieser Form meistens nicht. Das sind voneinander getrennt, denn die Landtagsabgeordneten sind in Personalunion, Landesräte kontrollieren sich selber, also das ist eine Verfilzung, die schon auch einmal zu hinterfragen ist. Nur was ganz witzig ist bei dieser ganzen Geschichte mit dem zweiten italienischen Landesrat, ist die Tatsache, dass jene Parteien, die jetzt aufgrund der Stärke der Italiener einen zweiten Landesrat fordern, immer gegen den Proport sind. Also sonst passt der Proport nie, aber in der Landesregierung hätte man jetzt gern den Proport. Und dem Fratelli fällt sogar die Geschichte auf den Kopf, weil sie haben früher immer behauptet, ihre Vorgänger, die Ladiner sind eigentlich keine Südtiroler, das sind Italiener. Aber jetzt möchten sie den Ladiner nicht zu den Italienern dazuzählen, jetzt möchten sie einen eigenen Vertreter haben. Also man sieht schon auch die Glaubwürdigkeit dahinter. Und ich glaube, man muss schon auch ganz klar sagen, es gibt jetzt zwei Gutachten. Es gibt ein Gutachten, das sagt, es gibt Platz für einen zweiten Italiener, es gibt ein anderes Gutachten, gleichwertig, das sagt, es gibt keinen Platz für einen Italiener, weil es nicht genügt, für einen zweiten Italiener, und da kann man jetzt nichts so tun, als ob das jetzt gegessen wäre, weil die Staatsadvora das gesagt hat, weil wir auch gesagt haben, wir werden das mit Sicherheit überbrücken lassen. Das wollte ich nachfragen, man sucht sich jetzt halt neue Partner, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, sicher. Ja, aber sicher, aber sicher nicht schon. Aber wir werden es wissen, Kollege Knoll. Ja, man muss es wissen mit allen Augen. Sven Knoll hat eine Glaskugel und schaut in die Zukunft. Das wird ja zum Rückkehr aufgezeichnet. Das wird ja zum Rückkehr aufgezeichnet. Okay. Aber was ist, Sie glauben denn, wir machen mit Partei in Italia oder Lega eine Kollision für Europa? In Italia in die Regierung kommen werden, nur Sie das immer abgeschritten haben. Ja, Politionsgespräche da mitbekommen. Philipp Bachhammer. Ja, aber was ich sage, wir werden mit Sicherheit überprüfen lassen, wenn es zu einer Aufstockung kommt, ob das rechtmäßig ist. Weil da geht es nicht um die Frage des Rechthabens, da geht es um die Frage der Rechtmäßigkeit, weil wenn das nicht in Ordnung ist, dann bedeutet das, dass alle Beschlüsse der Landesregierung nicht sich sind. Das wäre ein Riesenchaos. Das wäre ein Riesenchaos. gar nicht an solches Risiko einzugehen und auf Neuen zu bleiben, nicht auch zu erhöhen. Aber das wiederum würde natürlich heißen, man könnte keinen zweiten italienischen Landesrat in die Landesregierung nehmen. Darf ich zu diesem Thema? Ganz kurz, ja, gern. Es geht genau um die Rechtmäßigkeit. Wir müssen bei einem aufpassen. Sven Knoll hat in einem Punkt recht in der Argumentation. Es ist schon interessant gewesen, dass gerade einige hier argumentiert haben mit der angemessenen Vertretung, die früher damit ein großes Problem hatten. Ich habe das auch ganz offen bereits auch in der Debatte gesagt. Das ist interessant. Das sollte aber nicht dazu führen, dass wir das grundsätzlich absprechen, dass es legitim ist, darum zu kämpfen, angemessen zu vertreten sein. Dann muss man natürlich schauen, was ist angemessen im Sinne von rechtmäßig. Und da gab es leider den Streit darüber, wie dieser Artikel, diese Norm zu interpretieren ist. Es ist aber legitim, dass jemand sagt, wir haben das ja im Blut. Wir Südtiroler haben in Rom immer gefordert, es gibt jetzt künftig auch die Debatte, sicher wieder, da sollte es eine Verfassungsreform in Richtung Direktwahl des Ministerpräsidenten geben. Da wird es auch Auswirkungen auf das Wahlrecht haben. Wir werden die Ersten wieder sein, die sagen, Moment, Paket, Senatswahlsitze, Garantie für die Minderheit. Und deshalb ist das gerade auch das, Wo wollen Sie hinaus, Landeshauptmann? Das kommt gerne. Und wenn wir das für uns immer in Anspruch nehmen, so ist es nicht richtig, von vornherein zu sagen, es sei nicht legitim, wenn die italienischen Mitbürger sagen, sie wollen auch hier nachgerechnet wissen, ob das richtig ist und wie viel ein Vertretungsanspruch Ihnen zuschaut. Dann die Art und Weise, wie das gelaufen ist, darüber können wir diskutieren und sagen, das war nicht schön. Aber die Frage aufzuwerfen ist legitim. Das müssen wir anerkennen. Wir tun das selbst für uns auch immer. Das muss für alle gelten. Moment. Und dann haben wir jetzt die Situation, die so gut dachten. Ich bin darüber äußerst unglücklich, weil es tatsächlich nicht gut ist, eine Situation der Rechtsunsicherheit zu haben. Wir haben jetzt vereinbart, dieses Thema, wie viele Mitglieder die Landesregierung haben wird, kommt am Ende der inhaltlichen Besprechungen. Wir wollen zunächst schauen, ob wir überhaupt eine gemeinsame Meinung da finden. Sonst ist die Diskussion müßig. Die werden wir dann führen und wir werden das unter Berücksichtung der Tatsache, dass es auch noch Rechtsunsicherheiten gibt, natürlich tun müssen. Paul Krönsberger. Unabhängig davon, ob es dann ein oder zweite Lehner sein werden, sollte es zu einer Elferregierung kommen, dann wäre das eine weitere Niederlage, auch für das Kredo des Landeshauptmanns. Warum? Das wäre erstens, um innere Parteigelüste zu befriedigen, weil da braucht noch die Brustartaler Frau und die Bauern, da braucht jeder seine Posten. Es wäre vor allem aber eine Riesen-Niederlage für den Landtag. Wenn ein Drittel des Landtags in der Regierung sitzt, dann muss man die Gesetzgebungskommissionen wahrscheinlich auf drei reduzieren, wahrscheinlich deren Mitglieder reduzieren. Also die gesetzgebende Funktion des Landtags, die ja eh schon oft ad absurdum geführt wird, durch die extreme Regierungslastigkeit, die wir haben, die würde dann noch einmal akzentuiert werden und die Fähigkeit, Gesetze zu schreiben des Landtags, würde noch einmal limitiert werden. Schon nur deswegen, aus Respekt vor dem Landtag. Sie sind ja einig, dass die Funktionen zu trennen werden. Sie haben gesagt, Sie hätten auch ein Verständnis stimmen. Da bin ich einverstanden. Dafür haben wir aber keine Mehrheit im Landtag getriegt. Wir waren uns eigentlich einig darüber. Das macht Sinn, dass wir wie ein Bundesland Tirol das genauso machen, dass die Regierungsmitglieder nicht im Landtag sitzen. Und das würde das Problem lösen. In Zeiten, in Zeiten, wo wirklich viele Menschen schauen müssen, über die Runden zu kommen, wäre es denn wirklich der Bevölkerung überhaupt vermittelbar, Philipp Achammer, wenn man jetzt sagen würde, wir stocken die Landesregierung auf elf Mitglieder auf, um, wie es Paul Kölnsberger mutmaßt, auch die internen, ja, sage ich mal, Wünsche zu erfüllen? Also, eines schicke ich schon voraus. Wenn es um interne Wünsche gehen würde, allein um interne Wünsche, dann hätten wir jetzt dreimal müssen, oder hätte Landeshauptmann-Kombad schon dreimal eine Elferregierung bilden müssen. Das sage ich, denn es gibt, ja, Entschuldigung, per besten Willen, es gibt immer das Versuchen von einem mehr in die Regierung zu kommen. Und wir waren in der Vergangenheit auch intern noch mehr in der Landtagsfraktion. Allein das ist nicht das Thema. Die Frage ist schon, und da sollte man auch bei aller Hitzigkeit der Debatte aktuell die Frage stellen, was ist denn von der Größe vernünftig? Es hat in dieser abgelaufenen Amtszeit sehr große Ressorts gegeben. Auch die Kollegen im Südtiroler Landtag haben zum Teil auch der Regierung vorgeworfen oder Einzelnen, man kommt einzelnen Teilbereichen zu wenig nach. Aber die haben ja materiell die Zeit nicht dafür. Und natürlich ist das zweite Thema, in einer Koalition mit möglicherweise fünf Partnern wird man noch mehr Zeit für die Debatte brauchen, auch untereinander, zur Abstimmung von Initiativen und so weiter. Also abgesehen von dem sollte man sich schon die Frage stellen, ganz nüchtern, was macht jetzt Sinn? Weil wenn es einfach nur um die Größe geht, so nach dem Motto, Hauptsache weniger, dann müssten wir noch einmal das Gesetz ändern, damit wir weniger wie Acht hinbekommen. Also das allein kann nicht die Qualität der Debatte sein, es soll schon die Frage sein, was ist denn sinnvoll, insgesamt in der Größe, damit Ressorts gut verwaltet werden, damit man gut der Arbeit nachkommen kann und dass nicht so viele Zuständigkeiten abgebündelt werden, dass es irgendwann einfach nicht mehr Sinn macht. Da sollte man sich, diese Debatte sollte man schon führen. Noch kurz, Brigitte Vopper, und dann möchte ich gerne einen anderen, ganz interessanten Punkt auch mit Ihnen hier in der Runde besprechen, nämlich welche Auswirkungen, welche Folgen hat jetzt diese Entscheidung der SVP für die Volkspartei? Brigitte Vopper. Ja, ich glaube, ist gut zu einem nächsten Punkt zu kommen. Das machen wir, das machen wir. Die erpassioniert für wirklich niemanden im Lande, ganz ehrlich. Wenn es geheißen hat, es gibt ein zu großes Ressort, dann war das auf das vom Landeshauptmann zugeschnitten, als er die Gesundheitsagenten übernommen hat. Die Debatte gab es schon vorher. Und 70 Prozent des Landeshaushalts in ihren Händen, in zwei Händen war. Und das wurde sehr beanstandet. Und man hat auch gesehen, zu welchem Chaos es geführt hat. Denken wir jetzt nur an die letzten Monate Chaos in der Sanität. Also das ist beanstandet worden. Nur um zu sagen, aber ich glaube, 11 oder 9, das ist etwas für den internen Betrieb, aber nicht. Na, dann schauen wir mal. Ich denke schon, dass das viele Menschen interessiert, allein schon, was die Mehrkosten und so weiter angeht. Aber wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist eine historische Entscheidung gewesen, die vorgestern gefallen ist in der SVP. Das hat auch für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Wir haben es in der Tagesschau gehört, aber wir haben uns vor allem auch heute in Eppern noch einmal umgehört. Was sagen die Menschen dazu, dass die SVP mit drei Rechtsparteien Koalitionsgespräche aufgenommen hat? Die haben ja vor zwei, mittlerweile drei Stunden in Bozen begonnen. Hören wir uns kurz an, was die Menschen in Eppern beispielsweise dazu zu sagen hatten. Politisch gesehen ist es natürlich gut, dass alle Parteien berücksichtigt werden, genauso eben auch die Fratelli d'Italia, vor allem wenn sie in Rom am Tisch sitzen. Es kann vielleicht in eine andere Richtung gehen. Die Befürchtung, glaube ich, haben mehrere. Und das Opportunistische, das ist nicht schön. Ich bin der Meinung, dass das die richtige Entscheidung ist. Weil wir müssen halt mit Italien zusammenarbeiten. Wir leben halt da in Italien und müssen mit ihm zusammenarbeiten. Da kann ich nicht unten einen zustauschen und sagen, aber jetzt müssen wir helfen. Wir wollen etwas erreichen. Wenn man ein bisschen schaut, wie die Fratelli d'Italia ihren Ursprung haben, wie sich die Partei entwickelt hat, dann war eigentlich, wenn man weit zurückgehen in der Zeit, natürlich aus dem Faschismus heraus, und das wäre im totalen Widerspruch meiner Meinung nach zu den Grundgedanken der SVP. Aber das ist lang her gewesen. Das werde ich nicht so verbinden. Sie werden auch den Besten machen für die Leute, die da wohnen. Recht war es nicht. Wenn sie die Linken genommen hätten, dann hätten sie auch alle etwas auszusetzen. Und da haben sie halt auch, ja logisch. Ich sehe es halt so. Ja, so sehen es also einige Menschen in Äppern. Aber einer sieht es doch etwas anders. Albert Bürgsteller, wir haben ihn auch vorhin in der Tagesschau gehört, hat seine Mitgliedschaft als SVP-Mitglied zurückgelegt. Er sagt, als Ex-Arbeitnehmerchef und als Ex-Bürgermeister von BRICS, nein, das geht jetzt auf keine Kuhhaut mehr. Ich habe mit ihm auch selbst am Samstag telefoniert. Und er meinte, die italienische Rechtspartei Fratelli d'Italia vertrete Werte, die nicht mit den Menschenrechten vereinbar seien. Das lasse sich nicht einfach durch, und ich finde diese Aussage interessant, durch tagespolitische Erfolge wegradieren. Philipp Achammer. Kann hier die SVP oder riskiert hier die SVP einen Flügel, nämlich den linken Flügel, den Arbeitnehmerflügel, durch diese Entscheidung jetzt endgültig zu verlieren? Ich habe nämlich auch, das möchte ich ganz kurz ergänzend noch hinzufügen, auch von anderen SVP-Mitgliedern gehört, dass sie sehr enttäuscht sind und sogar auch ebenfalls einen Rücktritt oder einen Austritt aus der Partei überlegen. Ja, natürlich gibt es Bedenken, und die nimmt man ernst. Überhaupt keine Frage. Ich habe das ganze Wochenende über, wie der Landeshauptmann sicher genauso, mit vielen diskutiert. Und man kann jetzt nur sagen, denn wenn ich diese Stellungnahme lese, dann klingt es wirklich so, als wären wir irgendwo anders eingetreten und hätten Positionen übernommen. Ich sage es noch einmal, wir teilen nicht die diversen Positionen zu 100% der Verteilung in Italien in diversen Bereichen. Wir haben vorher begründet, warum wir diesen Schritt beschlossen haben. Und jetzt sage ich einfach, man soll sich darauf verlassen, dass die Südtiroler Volkspartei, dass der Landeshauptmann, dass wir in einem Koalitionsabkommen in wesentlichen zentralen Themen und Politikbereichen Kontinuität waren. Und auf der anderen Seite wird man verhandeln müssen, man wird sich anhören, was die Verteilung in Italien verlangen. Sollte es in Bereiche hineingehen, wo es beispielsweise mit bürgerrechtlichen Vorstellungen, die wir haben, nicht vereinbar sein, dann wird es nicht zu einer Koalition kommen. Aber Sie haben keine Angst, dass das ja Folgen auch für die SVP haben könnte, dass doch nicht nur wenige, sondern viele Mitglieder, die dem Arbeitnehmerflügel zuzurechnen sind, sagen, jetzt reicht es endgültig. Das geht zu weit? Ich darf nur eines betonen. Man hat auch gesagt, ja, die SVP ist oft zu pragmatisch. Hätten wir eine andere Entscheidung getroffen, dann hätte ich auch schon, oder da wüsste ich jetzt auch schon, was gesagt worden wäre, dann hätte es geheißen, man geht sehr in den Auges einer Situation des jahrelangen autonomiepolitischen Stillstandes entgegen und das können wir in zentralen Bereichen nicht verantworten. Das wäre die Gegenäußerung beispielsweise gewesen. Und ja, dann kann man eben noch einmal, ich nehme das zur Kenntnis und das nehme ich auch wahr, wenn man sagt, zu viel des Guten am Pragmatismus. Wir glauben aber unseren Überzeugungen, in einer Koalition, wenn es zustande kommt, absolut treu bleiben zu können und nichts herzuschenken davon. Und deshalb hat man Arno Kompatschow. Zunächst einmal glaube ich, dass die Umfrage in Eppan in etwa auch das widerspiegelt, wie die Debatte bei uns am Samstag verlaufen ist. Da gab es genau diese Positionen auch. Zum einen Pragmatismus, zum anderen geht Pragmatismus, ohne dass man auf die eigenen Werte verzichtet, kriegen wir das zusammen, auch die Sorge. Das ist genau das. Zum anderen, das müssen wir doch jetzt logisch tun, war die Position von einem, es geht ja gar nicht anders. Andererseits riskieren wir hier dabei nicht. Also das ist genau auch die Situation, die wir hatten. Zu dieser konkreten Frage, ich darf darauf verweisen, dass nicht nur in Südtirol, in ganz Europa doch eines passiert ist, in den letzten Jahrzehnten schon, dass die klassischen sozialdemokratischen Parteien, das gilt für unsere Arbeitnehmer genauso, wie für die SPÖ in Österreich, die SPD in Deutschland, sehr große Teile der Arbeitnehmerschaft in der Wählerzuspruch, im Wählersug verloren haben. Ich glaube, das ist eine Analyse, die man wahrscheinlich schon teilen kann. Absolut, die teilen wir alle, glaube ich. Und das interessanterweise, welche Parteien dieses Vakuum sehr oft gefüllt haben, nicht die anderen Volksparteien, sondern Parteien doch deutlich rechts von der Mitte, auch extremistische Parteien. Das ist passiert. Und somit ist das ein Thema, das uns insgesamt befasst, nur das insgesamt und auch wir, auch wir, das sage ich, müssen hier natürlich enorm uns anstrengen, dass wir das Vertrauen gerade jener Bevölkerung schichten, wir müssen uns das Wahlergebnis anschauen, wie viele sind noch gewählt worden in den Landtag, die man klassisch, ich sage mal, in der klassischen Methode links zuordnen würde. Vielleicht, ich sage jetzt die Grünen, ja, ich will da keine Etiketten verteilen, die Mk, bürgerlich-liberal ist die Definition, alle anderen sind doch außer der Südtiroler Volkspartei, außer der Südtiroler Volkspartei, doch eindeutig, rechts oder sind acht Leute hier in unserer Rechtsprechung. Und deshalb ganz klar, es gibt hier Antworten zu geben und das wollen wir auch mit unserem Regierungsprogramm tun, für jene Bevölkerungsschichten, die sich nicht mehr vertreten gesehen haben. Es muss eine Lehre aus diesem Wahlergebnis sein, für alle Beteiligten hier, die sich nicht in die extremen Positionen haben. Sven Knoll muss da lachen. Ja, das ist jetzt schon eine sehr schwindelige Argumentation, man muss mit den Fratelli koalieren, um die zu berücksichtigen, die nicht mehr zur Wahl gehen. Ihre Koalition, Ihre Koalition, dann ist das falsch rübergekommen, man hat sich vielleicht undeutlich ausgedrückt, das ist so rübergekommen. Die Frage war, ob wir uns für die Arbeitnehmer Sorgen machen, das ist ein Problem der Sozialdemokratie insgesamt. Das ist rübergekommen. Was ich nur sagen möchte, ist, die Frage ist schon auch, ob diese Koalition auch den Wählerwillen widerspiegelt. Das, was die Leute eigentlich gewählt haben... Eine Mehrheit wird immer das widerspiegelt. Nein, nein, da geht es nicht um die Mehrheit. Sie haben vorher gesagt, man muss berücksichtigen, dass die Italiener auch praktisch nicht mehr zur Wahl gehen, enttäuscht sind und so weiter, das haben wir auch hier drüber diskutiert. Aber wie reagieren denn die Leute, die zur Wahl gehen, wenn sie sehen, das, was sie gewählt haben, wird einfach ignoriert. Okay, Herr Knoll, jetzt könnte man Ihnen ja auch unterstellen, das sagen Sie, weil Sie bemerkend sind, weil Sie jetzt nicht um die Koalitionsgespräche, in diese Runde eingeladen wurden. da geht es überhaupt nicht um die Parteien. Nein, ich rede jetzt von den Inhalten. Okay. Weil die Mehrheit der Bevölkerung hat nicht die Position der Fratelli gewählt. Da geht es jetzt nicht um die Südtiroler Freiheit, da geht es um die Position der Fratelli. Und die sind zur Wahl gegangen, aber die bekommen jetzt genau diese Politik mit. Und das ist eben der Unterschied. Die Fratelli werden nicht in eine Verhandlung gehen und sagen, wir fordern jetzt die Abschaffung der deutschen Schule und überall muss italienisch gesprochen werden. Das werden die sicherlich nicht machen. Aber die Fratelli sitzen in einer Regierung in Rom, wo sie dann mit dabei sind und wo sie mitverantwortlich sind für die Entscheidungen, die in Rom getroffen werden. Weil es mehrere Koalitionspartner sind. Die Fratelli werden ja die Vertreter der Italiener in der Mehrheit. Ja, aber was hat die Mehrheit der Italiener dann gewählt? Nicht die Fratelli. Was haben die gewählt? Die haben noch den PD gewählt und die haben noch die Civica gewählt. Und die Grüne. Und die Grüne auch noch. Und vermutlich die Grünen. Und vermutlich die Grünen auch noch. Und die SVP. Und die SVP. Und vielleicht das Thema auch noch. Aber ich greife da jetzt einen Punkt an dem er auch. Ich glaube schon, dass man nicht berücksichtigen muss, dass die Bevölkerung jetzt mit einer Koalition konfrontiert wird, die, so bin ich überzeugt, ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht wünscht. Weil das vorher nicht so kommuniziert wurde, wie es bereits gesagt wurde. Und weil die Bevölkerung, glaube ich auch nicht, ich bin der Überzeugung, die Mehrheit der Südtiroler, eine Koalition mit den Fratelli nicht quotiert. Das bekommt man jetzt präsentiert. Und die Frage wird halt sein, welche Beweggründe gibt es dann für die, auch für deutschsprachige Bevölkerung, in Südtirol in fünf Jahren wieder zur Wahl zu gehen. Wenn man sieht, die Parteien, die abgewählt werden, richten sich es halt so, wie sie es brauchen. Interessant ist ja auch, dass das Wahlergebnis wird nicht abgewählt. Was Sie jetzt so ein bisschen auch umschrieben haben, hat er auch vorhin in der Tagesschau Günter Pallava gesagt. Er hat nämlich gesagt, die christdemokratischen Parteien öffnen. Und damit hat er sich auf die SVP bezogen. Mit solchen Aktionen wie einer Koalitionsrunde, mit einer italienischen Rechtspartei, mit Fratelli d'Italia, eindeutig rechtspopulistischen Parteien, Tür und Tor, passiert genau das. Paul Kölnsberger, ist das zu befürchten, dass hier auch irgendwo eine Partei wie Fratelli d'Italia salonfähig gemacht wird, mit anderen Worten? Ja, das ist die ganz natürliche Konsequenz davon. Fakt ist aber auch, dass die SVP selbst ja ganz stark nach rechts gerückt ist. Ich meine, das, was ihr beim Parteiausschuss beschlossen habt, mit mehr als 70 Prozent für rechts, 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 dreimal rechts, dann ist ganz klar, dass die Partei dort steht, auch wenn der Landeshauptmann und der Wahlkampf viel mehr auf die Mitte und da vor allem ein gerechtes Südtirol ausgerichtet worden, die Partei ist ganz stramm rechts mittlerweile, deswegen auch gar keine Berührungsängste mit dreimal rechts. Woran lesen Sie ab in den letzten fünf Jahren Regierungsarbeit? Ja, also ich glaube, bald können Sie ja eine Partei-Ausschuss, denn es ist ans klar, ganz genau, mit über 70 Prozent für dreimal Rechtsbeschluss. Das sind ja im Landtag beschissen worden, links versifft zu sein. Ich glaube, Sie sind mehrfach Zeugen davon. Wie oft das geheißen, die SVP sei nach links gerückt. Ganz kurz. Das war der Vorwurf in den letzten fünf Jahren. Und auch damals war zu Beginn die Koalition, tut mir leid, das müssen wir schon klar ausführen, aber wir seien nach rechts gerutscht. Dann gab es fünf Jahre Regierungsarbeit vor, wir seien total links. Und jetzt wieder mit dieser Entscheidung, wir seien nach rechts gegangen. Roland Stauder, das liegt ja völlig auf da. Roland Stauder. Befindlichkeiten der Südtiroler Volkspartei intern, weil ich mich da nicht einmischen, aber ich glaube, wenn ich die Wahlanalyse mache, sei es auf deutscher wie auf italienischer Seite, hat die Bevölkerung mehrheitlich ganz klar Mitte rechts gewählt. Die vier Mandate der Südtiroler Freiheit, Jürgen Wirtanderland mit zwei, wir mit zwei die Südtiroler Volkspartei und Italiener drei von fünf auch klaren rechten Reichshälfte zuzuordnen. Ich glaube, es ist die SVP zur rechten Hälfte. Nein, mittlere rechte, 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 rechte. Das ist gut, gut, das muss man schon klarstellen. Die Dame in Appan hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Wir sind jetzt sechs Wochen nach der Wahl. Es gilt endlich mal beginnen, am Programm zu arbeiten, zu schauen, dass der Preis kommt. Wir haben sechs Wochen jetzt verloren. Und ich glaube, die Wähler verlieren hier den Glauben, die Politik, dass man hier sechs Wochen lang zuwartet, bis man endlich Entscheidungen trifft. Arbeiten, ausgangsoffen, wenn etwas dabei rauskommt, wird es unterschrieben, wenn man sich nicht zusammenfindet, eben nicht. Aber endlich starten. Bitte kurz, wir haben noch knappe drei Minuten. Sendezeit. Ja, Wählerwille ist sehr dehnbar. Denn die Tatsache, dass es auch eine Mitte-Links-Koalition hätte geben können, zeigt ja auch, dass da der Wählerwille ebenfalls vertreten gewesen wäre. Gleich geblieben verloren. Fakt ist aber, dass fünf Jahre... Gleich geblieben. Wenn alle anderen reden, dann ist das jetzt... Ja, bitte, bitte, hören wir kurz, Frau Popper zu. Fakt ist, dass wir jetzt fünf Jahre die Regierung mit der Lega hatten. Das hat die SVP damals so entschieden. Und am Ende dieser fünf Jahre haben wir jetzt einen Rechtsruck erlebt. Das ist auch etwas, das die Volkspartei zu verantworten hat. Und ich denke da manchmal auch an die Töne. Politik ist auch eine Sache der Töne. Und bestimmte Töne, die fallen dürfen in einem Landtag, die fallen dürfen in einer Debatte, die öffnen tatsächlich, dass die Tür nach rechts... Philipp Achammer, Parteiobmann. Kollegin Popper, bringen Sie mir die Beispiele, warum wir die Tür nach rechts... Nein, dafür haben wir jetzt nicht Zeit. Dafür haben wir nicht Zeit. Liefer ich nach. Nein, nein, Frau Popper, liefer ich nach. Ich wollte nur eines sagen, wo ich mich wirklich verwehre, ist noch einmal das, was Paul Kölnsberger versucht zu sagen, jetzt ist die SVP erzkonservativ. Wo sind denn eure Arbeitnehmer? Wo sind sie? Wir haben... Ich habe Ihnen auch zugehört, Herr Kölnsberger. Wo sind sie? Wer hat dann letzten Samstag gesagt, uns gefällt die Familienpolitik der Vatelle Italia so gut, deswegen koalieren wir mit ihnen. Das hat gar keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, gerade hier, weil Sie ja sagen, wir sind erzkonservativ. Das war keine ideologische Entscheidung in den Grundsätzen der Vatelle Italia. Ich habe zwei Gründe genannt. Vier Italiener sitzen jetzt am Tisch, weil das sind immer noch die Mehrheit der Italiener, die gewählt worden sind. Und zum Zweiten ist es um einen autonomiepolitischen Pragmatismus. Den können Sie gerne kritisieren. Aber nicht um die Ideologie der Vatelle, weil uns die so gut gefällt. Die nehmen wir jetzt herein. Dagegen verwähre ich. Einen, einen, einen Satz möchte ich noch hören. Und zwar von Roland Stauder. Bisher hat jeder Koalitionspartner der SVP es bei den nächsten Wahlen zu spüren bekommen. Den hat es gewissermaßen nicht mehr gegeben. Was bedeutet das jetzt für die Freiheitlichen, wenn man jetzt Koalitionspartner der SVP werden möchte? Wir sind die Ersten, ist eigentlich historisch, die in der Südtirolgeschichte als deutschsprachiger Koalitionspartner am Verhandlungstisch sitzen. Sollten wir in die Regierung kommen, so gibt es auch im deutschsprachigen Raum durchaus auch Beispiele, dass die Juniorpartner dazugewinnen können, die Freien Wähler in Bayern als Beispiel. Oder Sie haben vorher Deutschland genannt, der SPD-Politiker, oder die SPD, die früher Juniorpartner der CDU, CSU, der Union war, stellt jetzt die Regierung. Also es gibt durchaus auch positive Beispiele. Wir sind uns aber auch bewusst, dass es etwas sich birgt. Schon auch eine Gefahr irgendwo, oder? Ja, eine Herausforderung. Eine Herausforderung, so kann man es auch schön beschreiben. Dann ist aber ein anderer Kompatsch. Ich gebe Ihnen noch 20 Sekunden. Eines nämlich würde mich schon interessieren. Sie haben es ein bisschen angedeutet. Wenn diese Koalitionsgespräche vielleicht gar nicht so erfolgreich zu Ende gehen, was dann? Wir haben das bereits am Samstag beschlossen. Wir haben das Mandat dafür, der Partei. Keine Koalition um jeden Preis. Wir werden sicher nicht bei unseren Grundhaltungen Zugeständnisse machen. Und beim Koalitionsvertrag gilt auch, dass es umgesetzt werden muss. Das galt beim letzten Mal so, auch beim anderen. Wenn das nicht funktioniert, weil man dann sich nicht hält an die Abmachungen, dann beendet man eine Koalition. Das ist die Logik eines Vertrages. Und auch schon die Gespräche. Und nimmt neue Gespräche mit neuen Partnern logischerweise auf. Das ist dann eine Regierungskrise. Und wir haben schon einmal eine Situation gehabt, das wissen wir, bei meiner ersten Amtszeit. Das ist nicht etwas Neues, wo ich auch damals gesagt habe, entweder es geht in diese Richtung jetzt und sonst ist Sense. Wir können uns daran erinnern, und die, die länger im Landtag sitzen. Wer soll also Südtirol regieren? Wir haben heute am runden Tisch darüber diskutiert. Danke, meinen Gesprächspartnern, die teilweise ja wirklich direkt aus den Koalitionsverhandlungen zu uns hier ins Studio gekommen sind. Danke auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Ich glaube, es war eine interessante und aufschlussreiche Diskussion. Bleiben Sie am besten hier dran auf Südtirol, denn jetzt gibt es gleich Zwischengas. Und danach dann die Reportage. Passt irgendwie auch zum Thema Schönheit und Ihre Schattenseiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Fernsehabend bei uns und eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal am runden Tisch. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen. Gut. Vielen Dank.